Was heißt denn jetzt hier Bekloppt? Ja, da kaufen Sie gar nichts. Da kaufen Sie gar nichts. Ich bin ja nicht so aus, ich wurde verhandelt. Bist du Bekloppt oder was? Ich kann doch nicht beleidigen. Wir haben das Haus. Ich bin ein halber. Aber der Körner will in Kauf. Der ist nicht meine Sache. Entweder Sie halten sich daran solidiert, oder Sie kaufen gar nichts. Wir kaufen dann gar nichts. Das Haus, vielleicht kriegt sie. Das ist das Haus, genau. Hallo, das ist die Polizei. Komm mal, die Menschen. Nein, du, sie kommt ab. Ich muss hier. Hallo, soll die Polizei kommen? Das sind zwei verschiedene Haushalte. Das ist aber gut. Einmal für Sie. Genau. Geht's auch mal raus. Geht's auch mal raus. Ja. Ja, daran halten. Ja, ja. Das ist nicht normal, oder? Ich gehe jetzt noch mal ran. Ja.